Vor 23 Jahren besetzten die Ceph unsere Welt. Wir hielten sie auf. Ich hielt sie auf. Aber die Cell Corporation nutzte das entstandene Machtvakuum, um ihren Einfluss zu vergrößern und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Cell hat alle überrascht. Sogar mich. Sie nennen mich Prophet. Und ich allein weiß, was auf uns zukommt. Cell ist nicht die eigentliche Gefahr. Der mächtigste Alien, der Alpha-Ceth, lebt noch. Er hat mir die Zukunft gezeigt. Er weiß, was mich antreibt. Woran ich glaube, dass für einen guten Soldaten nur eines zählt. Eine einzige Frage. Was ist man bereit zu opfern? Vergessen Sie mich nicht. Als sie mit dem Nanosuit zu mir kamen, opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war, und wurde die Kampfmaschine Prophet. Als mich mein eigener Körper auffielte, opferte ich auch ihn wie ein defektes Ersatzteil. Der Sieg hat einen Preis. Man bezahlt jedes Mal etwas mehr. Ich habe gesehen, was kommen wird. Und ich konnte es nicht mehr aufhalten. Wenn die größte Kampfmaschine versagt, was tun wir dann? Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich?